In diesem Video soll es natürlich um Fußball gehen, um Pro Evolution Soccer 2018, aber ich habe mir gedacht, ich versuche mal so ein bisschen darzustellen, wie es uns aus der Perspektive der Testsaison geht, wenn wir jährlich Fußballspiele unter die Lupe nehmen und analysieren. Um es kurz zu machen, es ist unheimlich mühsam, denn zum einen geht es immer nur um Feinheiten, um kleine Schrauben, die gedreht werden und dann muss man versuchen, das Spielgefühl zu analysieren, denn manchmal sorgen diese kleinen Schrauben tatsächlich dafür, dass sich was Großes tut. Man fühlt sich als Tester aber schon so, als würde man, ja wie ist das, als würde man voll aufgepumpte Bodybuilder jedes Jahr irgendwie auf der Tribüne sehen und man muss jetzt gucken, wo hat sich irgendwo ein Muskel verändert, wo ist irgendwie was definiert worden, ja, obwohl man sagen kann, die sind doch schon voll da, naja, es ist doch schon alles gut. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, da so die kleinen Veränderungen zu erkennen und dann noch zu schauen, wie wirken sich diese auf das Spielgefühl aus. Außerdem ist es so, dass die Hersteller, sowohl EA als auch Konami, mit DIN A4 Seiten an Pressemitteilungen kommen, was sich alles getan hat, die total aufgeplustert sind und nicht der Realität entsprechen, ja, also da werden immer, jedes Jahr werden irgendwelche Anglizismen an Features verkauft, wie Goal plus X, Extended Offensive Targeting, Tackling, Manöver, weiß ich nicht und dann stehst du da und das sind, es entpuppt sich eigentlich immer, dass es nur Floskeln sind, ja, und dass es letztlich viel weniger Inhalte gibt, viel weniger Veränderungen, die natürlich auch einen Vollpreis rechtfertigen würden, als diese Pressemitteilungen suggerieren. Ganz so leicht ist es aber auch nicht, sage ich mal, wenn man bedenkt, dass die Lizenzen, die für die Leute unheimlich wichtig sind, also die offiziellen Trikots, Stadien, Profis, das kostet natürlich enorm viel Geld und es ist gar nicht so leicht, diesen jährlichen Rhythmus aufzubrechen für die Hersteller, weil man natürlich auf die jährlichen Einnahmen dann gleichzeitig verzichtet und scheinbar sind die Leute heutzutage, wo es Erweiterungen gibt, Updates und so weiter, DLC, trotzdem noch bereit für diese Fußballspiele den Vollpreis hinzulegen, jedes Jahr und diese wenigen Änderungen in Kauf zu nehmen. Eigentlich ist die Strategie von Konami, was die Lizenzen betrifft, schon die richtige, denn man hat sich letztes Jahr schon mit Borussia Dortmund im FC Liverpool und Barcelona einzelne Partner gesucht, mit denen man dann zusammenarbeitet, um ein möglichst authentisches Abbild des Vereins digital anzubieten. Stadion, Spielergesichter, Bewegung und so und man erkennt schon, wenn man dann diese drei Vereine anschaut, dass die Spieler sich da genauso bewegen wie in der Realität und so weiter, sprich das Motion Capturing und all die Geschichten sind intensiver, bilden die Realität ab. Dieses Jahr versucht man nachzulegen, aber hat nicht ganz so prominente Namen, Valencia, Fulhelm und Co. Aber Konami sollte versuchen, bei den wenigen Vereinen, die man hat, vielleicht noch mehr ins Detail zu gehen, vielleicht noch mehr des Vereinsalltags oder der Realitäten im Stadion abzubilden. Und hier kommen wir zum Derby, sprich ihr könnt mit dem BVB und Schalke 04 antreten. Klingt cool, ist aber leider in der Praxis alles andere als cool und leidenschaftlich, denn Konami lässt hinsichtlich der Inszenierung und der Darstellung dieses für viele so wichtigen Spiels alles Mögliche liegen. Und das ärgert mich deshalb, weil wir ja damit leben müssen, dass Electronic Arts im Grunde alle Bundesliga-Lizenzen hat und dass man in diesem Spiel von Konami nur antreten kann mit Red Bull Leipzig, Schalke und Dortmund aus deutscher Perspektive. Und wie inszenieren die Japaner dieses Derby? Was sagen die Kommentatoren? Wie wird es dargestellt? Man spielt zu Hause beim BVB, Schalke ist zu Gast und Hagemann und Küpper reden über das Derby so wie über jedes andere Spiel. Also man bemerkt überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt mit Leipzig irgendwo spiele oder mit Arsenal oder Liverpool. Die Kommentatoren gehen hier überhaupt nicht auf das wichtigste deutsche Derby ein. Da lässt Konami viel liegen. Dann schauen wir uns mal das Stadion an. Was passiert denn da im Vergleich zu anderen Spielen? Gibt es ein besonderes Choreo? Kann man irgendwelche, kann man eine besondere Stimmung erkennen an den Schlachtgesängen? Werden die Fangesänge auf den Gegner bezogen oder nicht? Sieht man Ultragruppierungen oder irgendwas? Vielleicht sogar Pyro? Ich vergleiche das jetzt einfach mit dem, was sonst bei Derby so los ist. Und auch da lässt Konami alles liegen. Also es wird genauso inszeniert wie jedes andere Spiel. Man sieht die Brisanz nicht, man hört die Brisanz nicht, man spürt sie auch nicht. Und das ist unheimlich schade, denn wenn ich doch schon weiß, ich bin in diesem Wettbewerb der großen namhaften Lizenzen unterlegen, so wie Konami, dann versuche ich dort das Wenige, was ich habe, möglichst so zu inszenieren, dass es richtig, richtig cool ist. Dass der Platz brennt, dass die Kommentatoren heiß sind, dass dieser Funke überspringt. Und vielleicht ist das ein bisschen zu viel verlangt. Ich will jetzt hier auch keine Vermummten auf Zäunen sehen oder irgendwelche Leute, die auf dem Platz rennen. Aber ich frage mich schon, wenn ich die authentischen Tattoos von Marco Reus in diesem Spiel sehen kann, also genau die Tattoos, warum kann ich dann nicht auch ein paar authentische Fangruppierungen oder Ultragruppierungen sehen? Warum muss ich seit Jahren diese komischen Spruchbanner lesen in Pro Evolution Soccer von gemeinsam zum Sieg, wir kämpfen alle für euch oder so ein Unsinn, anstatt dass wirklich mal versucht wird, irgendwie in der Inszenierung auch authentische Fußball-Folklore, den ich jetzt mal abzubilden. Das ist so das, was mich an Fußball stört, denn eine Fußball-Simulation sollte nicht nur politisch korrekt sein, so wie es der DFB, die FIFA oder alle wollen, sondern sollte schon auch sich die Freiheit nehmen, so ein bisschen was von dem abzubilden, was tatsächlich im Stadion passiert. Um das Ganze jetzt wieder etwas abzuschwächen, natürlich ist das Allerwichtigste bei so einem Fußballspiel das, was auf dem Platz passiert und in der Spielmechanik, im Fußballaufbau ist dieses Pro Evolution Soccer unheimlich gut. Dazu gibt es dann mehr Informationen im Test, aber ich wollte das nur einfach mal loswerden, dass man als Verfolger von EA hier einiges an Fußballrealitäten liegen lässt. Schade.